Hallo zusammen, ich bin Céline Hülpbrunner. Ich arbeite im dritten Lehrjahr als Fachfrau Hauswirtschaft im Psychiatriezentrum Münsingen und ich zeige heute mein Alltag. Kommt doch mit! In meinem Arbeitsalltag arbeite ich in vier verschiedenen Bereichen, in der Küche, in der Reinigung, in der Wäscherei und im Service und das wechselt alle vier bis fünf Wochen. In diesen Bereichen helfe ich Menüs vorzubereiten und zu schöpfen, Stationen selbstständig zu reinigen und die Wäsche zu sortieren. Im Psychiatriezentrum Münsingen ist speziell das ein sehr grosser Betrieb ist und es ist sicher mehr los als zum Beispiel in einem Spital, weil man mit psychisch kranken Leuten arbeitet und das ist sehr abwechslungsreich. Wenn du hier die Lehre machen möchtest, musst du geschickt sein, flexibel wegen der Arbeitszeiten, belastbar, hilfsbereit und immer eine positive Einstellung haben. Das war mein Alltag. Ich hoffe es hat euch gefallen und währenddessen bewerbt euch doch noch gleich heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.